Moin Leute, was geht? Mein Name ist Crispy und heute gibt es mal wieder ganz geniegen Fortnite-Highlights. Mein neuer Infinity-Scaf ist jetzt endlich da, weswegen ich auch wieder vernünftig zocken kann. Mein völliger Scaf hat ja den Geist aufgegeben, aber wie gesagt, jetzt wird wieder richtig rasiert. Auch ein paar Wims wurden erspielt und ja, Fortnite bockt auf jeden Fall richtig zur Zeit. Season 5 gefällt mir persönlich einfach richtig gut. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch die Season so gefällt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video und let's go! So, dann landen wir, gehen wir Richtung Tilted, ok? Perfekt. So, das lässt du ja eigentlich schon mal ganz gut hier. Oh, da unten laufen zwei. Lass es hinter dir landen. Siehst du die? Siehst du die? Ich bin auf den Baum gelandet. Was ist das denn? HÄÄÄH? Komm mal hierher, du musst mich mal kurz retten. Äh, wiederbeleben. Also ich könnte mal kurz eine kleine Situation schüttern, dass das Spiel absolut verhindert, unlogisch ist. Ja warte, oh ich wollte die gerade holen, die Gegner hatten keine Waffen, Digga. Das Spiel ist so dreckig unlogisch, ne? Guck dir mal die ganze, siehst du die ganzen Äste? Ja, ich hab dich im Baum stehen sehen. Ich bin vom oberen Ast, ich bin vom oberen Ast auf den unteren, nein, ja, pass auf! Ich bin vom oberen Ast auf einen Ast runter und man fällt durch die Äste los. Die Äste karp auf die Kammer nicht rauf. Okay. Schlechtes Spiel. Okay, komm, wir nehmen direkt am Gunfight hier teil. Ja, warte, 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 ein, ein Verband wollen noch. Ach so. Okay, komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. So viel Baum hat er den, wenn ich hab. Habe einen Down, habe einen Down. Der andere läuft da hin. Hast du? Ne, es war der Einer. Ja, der ist doch der. Der denn jetzt hier. Wo ist der Typ? Ja ey, hier drin ja. Ey, kommt man. Guck mal was. Wo genau ist der denn? Der Baum? Ja. Lassen, lassen, lassen. Oh, das war ja mal ein Millimeter neben seinem Kopf. Pass auf, sie ist nicht von hinten. Digga, du hast gesehen, wie langsam der, hast du gesehen, wie langsam der baut? Der Motorradflug. Das ist der schlechteste Bauerngang. Ja, komm, 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 komm. Wollen wir eine Postnose? Kann auch nicht so viel, Digga, ich kann auch nicht so viel schießen jetzt hier. Daneben, daneben, rechts daneben. Ja, die sind jetzt hinter dem Haus. Ja, Digga. Ah, ne, dem Gampfer, ne, dem Gampfer, ist gut. Komm, wir holen uns über das Auto hier ab und dann fahren wir da hin. Die sind jetzt schön in den Gampfer reingelaufen, so gefällt mir das. Ah, ne, du musst fahren. Digga. Digga, meine Fresse, Fortnite, Mann! Bau du dann gleich, ganz schnell. Wohin, wohin bauen? Einfach irgendwas bauen für uns. Achso. Ja, die haben, der Tag, ich lass raus, lass hier raus. Ah ja, links, links. Ah, Digga. Jetzt wird hier wieder dick gebaut. Ja, ist gut, Digga. Hepp! Digga, es lag bei mir, was ist jetzt denn los? Der eine ist totes low. Der eine ist totes low. Ja. Hinter uns. Du kannst hier links hochfahren, oder geradeaus hochfahren. Fahr geradeaus auf den Berg hoch. Ja, oder so. Hat mehr Stil. AirDrop direkt voraus, auf U. Du brauchst meinen AirDrop-M-Satz-Satz da. Ja, das stimmt. Der ist aber... Ah, pass auf! Okay, okay. Runter, 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 raus, 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 raus. Wissen jetzt, wie hier sind? Ja, ja. Durch das Autofenster! Ja, die kann man mich gar nicht treffen, Alter. Man hat es gesehen, man hat es gesehen. Nee, es ist gar nicht gut, Digga. Es ist gar nicht gut. Sechs noch für live, oder? Ja, noch das Team. Lass ihn den Wald laufen, lass ihn den Wald laufen, oder? Digga, einfach weg hier, einfach weg hier. Ja, in den Wald rein. Komm, Digga, abziehen einfach. Die haben den High Ground, das nützt nicht. Was für Autos, Digga, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, Digga, wir haben einen Sniper am Rücken und laufen jedenfalls, Digga. Digga, der Sniper ist heftig, Alter. Ja, und da... Da ist er auch schon gedroppt, umso. Ruh mich still. Nee, ich würde... Was ist das für ein Biest? Pst, 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 leise. Ja, die haben ganz... So, warte. Ein Midi-Kit. Weg hier, weg hier. Ein Midi-Kit. Und zwei Minis. Chill, chill. Ja, die haben die Gunfighter. Digga, nimm doch den scheiß Pilz, Mann. Ich weiß nicht, ich... Digga, ich fühle mich richtig unwohl hier, ne? Weil ich weiß nicht, wo der ist. Die sind da hinten in ihrer... In ihrer Festung auch weiterhin. Soweit ich das gesehen habe. Dann bauen du auch mal eine Festung. Ich hab nur ein 8.26. Ja, die haben... Ja. Willst du bauen? Ja, aber da hinten. Wir brauchen ja eigentlich nicht nach hinten wollen, oder? Nee, 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 nee. Nein, warte, 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 ich komm zu dir, warte, was ich gesagt habe, bei dir. Mach. Einer links und einer fest. Dann geht's so. Dein Uhrensönner da. Drauf, 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 digga. Oh, ich hab schon alles gut. Digga. hoch kommt das ist noch einer der ja er hat mich erwischt so greift sich das alter ok leute das war es mit den heutigen stream highlights falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da und falls euch mein content allgemein gefällt lasst doch auch ein abo da jetzt könnt ihr euch noch auf der endcard ein bisschen auf meinem kanal oder umschauen wir sehen uns im nächsten video haut rein ciao ja